Ich werde euch alle töttern. Ich werde euch vernächtern. Jawohl, die Menschheit zerstöre. Well shot. Well shot. A monkey to the moon. This is great. Was? Ein großer Schuss? Ein Affen auf den Mond? Glad you like. Fixed for all the help. Now I stand and await my fate. Halleluja. Halleluja. Oh god, ein religiöser Roboter. Ich rasch da aus. Place the flowers? I have flowers to ask if I heard from one of people that buried my crew that's in the city's cemetery. Can you place some flowers on the grave for me? Sure. Waldflowers. Wo soll ich jetzt wilde Blumen herkriegen? Ja, cool. Okay, draußen im Dings irgendwo. Huah. Komm einfach rüberhüpfen. Geil. So. Warte. Place the flowers. Place the flowers. She company. Ja, 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 ja. Machen wir noch. Erstmal die Blümchen. Ich muss hier einfach nur hinlaufen. Ich laufe da einfach mal hin. Äh, die Wahn. Da oben, Friedhof. Okay. Dann probieren wir es doch einfach mal. Immer nicht so rumlaufen. Ach, Mann, ich will, das, 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 das müssen sie echt noch reinbringen. Irgendwas so schneller fortbewegen. Aber das ist nicht besser. Apropos besser aus, aber. Charakterpunkte. Hä? Äh? Äh. Hm. Experience changed by 5 and the endurance user decreased by 3 when a topping roll. Damage increased by 12, ja. Dann machen wir hier noch. Critical damage change increased by 5%. Resistance to critical damage change by... Wir können jetzt halt auch hier noch ein bisschen was machen. Aber machen wir hier das mal so. Haben wir noch einen Punkt übrig. Äh. Äh, hier. Hoppla. Ich weiß, wo man nicht drückgesetzt wird. Ich hab keine Ahnung. Dann gehen wir erstmal kurz zur A&C Company. Talk with Gale. Achso. Ne, wir machen erstmal das mit ihm. In Waldflowers. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt welche brauchen. Wo war der Friedhof da? So. So. Okay, müssen wir doch erst welche finden. Gut. Äh, ja. Müssen wir raus. Warte mal. Gibt's hier nicht eine Blumentante? Die hat sogar noch offen. Vielleicht kann man von der was kaufen. Ja, zumindest eine Idee. Eine Option. Die, die, die. Ich hab mich gewundert, warum das wir nicht ausdauer hatte. Naja. Das hat jetzt mal geklärt. Waldflowers. Ja. Kaufen. Danke. Die, die. Ach, das ist schön. Wir haben den Besen bekommen. Oh, sieh. Wir konnten Besen behalten. Und den Topf. Den Wischmopp auch. Geil. Ein large, äh, Mallow, äh, Woodenstik kann make the flock, äh, squeaky clean. Just for swipping dust, äh, made a straw and wooden stick. Cool. Cool. Dann können wir euch ein bisschen putzen. Yay. Wir können die sauber machen. Strasse kehren. Hübi. Warte, lass mich kehren hier. Guck, ich kehre hier alles weg. Guck mal. Mit einer Rolle. Oh, Mann. Äh, 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 äh. So. Hab ich gemacht. Inform Egg. Informiere das Ei. So ist immer schlimmer aus. Und gefährlicher als Krieger werden wir dann wahrgenommen. Der ist alles zerstört. Äh, geht's ja auch hoch, ja. Wir haben gespannt, was wir mit dem Roboter noch machen können. Könnt ihr uns vielleicht noch treue Dienste erweisen? Die Weltherrschaft an uns zu reißen? Hmm. Wäre möglich. Ich glaube, gerade total bescheuert, weil da kann das sein. Weil ich andersrum viel schneller gewesen wäre. So, dann müssen wir noch mit Gale reden. Ach, hab's getan. Das waren meine lieben Crewmates. Wir haben wirklich die Station gemacht. Danke, dass ihr das für mich gemacht habt. Gerne. Ah, 20 Punkte und 300. Warum gehen wir auf ihn eigentlich? Gell, woher hat er ge... Er ist ein Dieb. Er ist ein Weltraumpirat. Döp, 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 döp. Wir fliegen da mal runter. Wir müssen aber episch schreien. Hey, geil, du fette Qualle. Ja, ich hab die Hand gerampelt. Oh, great. Thank you. Thank you, Mr. X. Der hat eine Frau. Kann man auch... Ah, jetzt zum Research Center reicht es uns noch. Dann gehen wir mal da hin. Wir werden auch noch eine Aufgabe annehmen. Hm. Da, 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 da. Warte mal, was gibt es hier eigentlich? Hellf 15, Stamina, Stamina, bringt uns nix. Streetlight, cool. Max Hellf 18, Stamina, Stamina. Nö, ich will keine Stamina, Mann. Ich will der Taktiker. Ich hab dich auch schon... Ah, siehst du, haben wir schon so Möbel. Sieht man eben schon an. Dass er schon geblutet hat. Der geht in den epischen Steelbrug einfach keine Chance hat. Gell, Jimmy, siehst du auch so. Feine Katze. Petra. Our research is almost done. If everything goes smoothly, we'll have something for you by tomorrow. Okay. Und Merlin, der Zauberer. Haben hier Petra klopfen. Ich glaube, mit dem haben wir schon verprügelt, ne? Das sind halt die Dinger, wo wir halt noch nix machen können, davon, wenn wir da keine Teile dafür haben. Ach ja, schade. Dann gehen wir jetzt halt heim. Wir sind arbeitslos, auftragslos und alles. Wir könnten aber vorher... Reicht uns das noch im Ding-Center vorbei? Bestimmt. Total Tools. Ja, Mann, da verkauf ich schon jeden Thread. Vielleicht kauft alles, im Grunde. Ich hab bis jetzt noch nix gesehen, was er nicht gekauft hätte. Ah, ein kleiner Junge. Check, ein Dexter, Sunbar. Ich glaube, wir kommen langsam so Richtung Endgame, Leute. Wir haben nur noch n' Dessert, dann war's das. Gut, und können da drüben noch n' der Dings ein bisschen Randale schieben. Ähm... In der Wü... Äh, ne, in der Wüste, aber in dem einen Gebiet halt. Ne Aufgabe. Ja, genau. Das ist super, ne? Der hat sich gefangen vor kurzem. Äh... Water Storage. Ja, kriegst du. Für das Geld, 2,5 mach ich. Das lohnt sich. Water Storage können wir bauen. Ist nicht sonderlich viel Arbeit. Wir brauchen, glaub, noch ein bisschen Eisen, bis wir noch in die Mine gehen. Bin gespannt, wie es hier dann aussieht, wenn es Winter ist. Äh... Oh, ist auch nicht mal lang. Eigentlich meine ich... Äh, Kalender 23. Ja, 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 dann ist Winter. Ah, guck mal, Weihnachten. Winter soll... Es soll Weihnachten heißen. Nicht irgendwas anders hier. Report. Aber auch noch zwei Stunden. Okay. Ähm... Water Storage. Kriegst du. Äh... Industry Cutter, Blender, Fish Display, Fire Cooking Set, Water Wheel, Lift Controls, Water Storage. Äh... Acht Kupferpipes. Eisenbahn 15 und Ironwood. Okay, krieg ich hin. Äh... Tippett und Ironwood. Pff... So. Da, 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 da... Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, auf bunchków Pfer. Und das. Und das. So. Ja, warte. Ja. copper plates 8 ok ne braucht andere iron bars und das holzzeug ok mal ein paar kupferröhrchen kriegen wir hin dann kommt es dahin das kommt her aber nur noch ein kupferrohr ach so braucht es energie und dann braucht es eine stunde ja gut wir kommen kurz warten geht ja gleich in der zwischenzeit kommt das material hier aufräumen dann gucken wir kurz nach sieht es bei euch zwei mit dem dünger aus da bräuchte fast wieder was der frisst halt schon übelst viel gute erstbefüllung dauert bei dem halt immer so die ist so hart die nase juckt gerade widerlich ok passt passt wobei kommt nach ein reintun es ist gut wunderbar als wir in die kiste ach da haben sogar noch fertilizer sehe ich gerade was waren es bones clipper und kacke ok das kriegt man da aber nicht unter können wir das hier noch verstauen ja perfekt so die kekse behalten wir das bald mal auch dann braucht es noch 30 sekunden ok damit ist nicht fertig das leben wird abgeben zweieinhalb tausend nämlich ist ordentlich für so am an 18 57 perfekt 15 14 12 11 10 ach ich gebäume fällen wenn ich nicht daneben schlag ich denke aber mal dass die entscheidung gut unter uns liegen wird was wir mit ihm tun ich habe gesagt wir opfern ihn für den heiligen jesus christus du willst du willst ihn bestimmt tot sehen damit ich bin mir so was von sicher sooo sooo map da brauchen wir uns gar nicht hinlaufen ne ist eh schon für alles zu spät dann gehen wir eben heim machen frühzeitig heier bubu ja bitte danke ding 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 oh sie haben eine sie haben einen post research research advanced skyver was das was das junge handbooks advanced skyver computer chips erotisch ich brauche mal ein aber ich glaube ich habe nicht so viele computer chips bullshit wie viel ich habe bronze rohre brauche ich vier bronze dinger habe ich strom so warte 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 ich brauche strom auch aber nur zwei von euch nein nur zwei sagte ich so Ich finde die Musik so schön gerade. Das war toll. So, das war das. Simple Circuit und Browser Pipe und vier Stahlplatten. Vier Stahlplatten. Stahlplatten müssen wir am Cutter machen. Eins, zwei, drei, vier. So. Die ersten neun Stunden fertig, habe ich es egal. Gut, ich kenne es vorbei. Ne, könnte ich nicht. Ich brauche immer noch einen zweiten Generator oder eine andere Energieversorgung, weil der kann maximal zwei Geräte bedienen. Das ist schlecht. Was war das andere? Ach, die Simple Circuit. Genau, 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 genau. So. Können wir das schon mal gleich hier machen? Können, äh... So, perfekt. Gut, wunderbar. Und wir nehmen aber noch Sekunde, 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 Sekunde. Wir nehmen kurz noch ein paar Data Discs mit. Eigentlich kann ja Petra für uns jetzt nichts mehr researchen, weil ich meine, wir hätten jetzt alles researcht, was möglich wäre. Talk of the Plants, Commercial Center Feeds. Ja, da müssen wir das Ding jetzt abgeben. So, da gibt es noch nicht schön money. So, 2500. Das ist doch mal eine Ansage. So, was gibt es hier noch? Jewelry Boxes. Aha. Fünf Sprinkler. Boah, Digga, echt. 14 Leder. Ich überlege mal, ob sich das überhaupt lohnt. Äh, wartet mal. Handbuch. Was waren das nochmal? Komische Boxes da. Blender. Fish Display. Cooking Fish. Water Relift. Water. DD Station Removable. Boombox. Loudspeak oder Boomboxes? Was war der? Jewelry Boxes. Hä? Handbuch. Was sind jetzt denn die komischen Dinger da? Loverhorns waren das. Weil ich jetzt, dass ich das nicht bauen kann, ne? Und 14 Leder ist aber Kampfansage, Homie. Fünf Sprinkler mache ich nicht, vergiss es. Äh, brauchen wir uns mal in 14 Leder. Das können wir gerne mal probieren. Isaac Newton, was geht, Digga, ne? Läuft bei dir. Ja, ja, Schnauze, geh weg. Hopp, kusch dich, muss raus, hab Arbeit. Nicht wie du. Alter Rentner, hack da rum. Psss. Ah, Mist, ich brauche ein Hütchen. Tü, 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 tü. Ich glaube, wir haben eigentlich zukünftig hier lang laufen. Sollten es kürzen? Ja, es ist definitiv kürzer zum Research Center. Research Center, Puggy Research. Sprich das doch mal deutlich aus. Gell, Jimmy? Jimmy ist genervt. Schnorrekate. So, Petra. Und da ist es, äh... Ähm... Awesome. Thanks for supporting our research efforts. Research notes, yes? Notes on the investigation done at the Research Center can be helpful in improving factory output. Ist es nicht das? Was soll ich das brauchen? Natural recovery machine. Keine Ahnung. Gut, gehen wir halt. Ich weiß es nicht. Was soll denn das gut sein? Porsche school? Lucy? The water pipe running alone, the school. I will... Leaking. Can you give a... Look and see... Uh, can too. It's wonderful. Ja. Komme ich hier raus? Gibt es überhaupt irgendwas? Sieht alles gut aus. Ein mal eins ist eins, ein mal zwei ist zwei, ein mal drei ist drei, eins plus eins ist zwei. Also, ihr Bäcker, ne? So, jetzt müssen wir erstmal... Oh, was hatten die da noch am Tisch? Panos. Also, ihr müsst erst mal lernen hier, wenn man mit einer Waffe umgeht. Also, ihr nehmt das Schwert und PAM schlagt eure Rinder mit dem Kopf ab. Okay? Gut. Macht's nach. Nimm deinen Sitznachbarn dafür. Du warst erstes Drift, hat halt gewonnen. Naja. Nicht schön, der kennt ihn für Kinder. Äh, Old Parts und Copper Wire. Achso, ja, machen wir kurz. Brauchen wir noch das Leder. Okay, Old Parts und Copper Wire. Dann krieg ich hin. Trust me, I'm a engineer. Ach, ich hab mich die schöne Abkürzung hier. Oh, stimmt. Die, 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 die Dinger da müssen fertig sein. Du, äh. Harvest, Harvest, Harvest. Ey, Harvest. So, danke schön. Äh. Braucht noch ein paar Tage. So. Dich, Hammer. Dich, Hammer. Äh. Und dann müssen wir hier kurz ran. Äh. Ein altes Teil war's, gell? Achso, ja. Und Copper Wire. So, auch eins. So, perfekt. Und 14 Leder. Müssen wir kurz gucken, wie wir mal Leder bauen. Brauche ich Flur und das Zeug. Okay. Kriege ich hin. Flur und das Zeug. Und ich hab sogar noch Leder am Start. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt nur noch neun. Lol. So. Gut. Erledigt. Dann kann das drücken. Das behalten wir. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Das wird verkauft. Warte mal. Das Material, die wir zum Verarbeiten brauchen gleich. Das heißt, den Verkaufen. Dann kann das noch rüber. So. So. Warte, 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 warte. Ich seh nur die halbe Tastrophe dann, weil der Kader da vorliegt. Äh. Oh, die Nase juckt grad schlimm. Kennt ihr das? Jetzt. Sorry. Mh. Copper Wire. Ne, Steel Blade. Bronze Pipe. Genau. Okay, gut. Dann gehen wir kurz noch nach hinten. Na, na. Wir fixen das andere. Dann müssen wir noch mit den Blondies eigentlich reden. Aber ich hab den Ring verkauft. Das tut mir leid. Jungs, passt mal auf. Ich muss hier durch. Schwerwiegender Transport. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Trust me. I'm the engineer here. I can fix it. Wo war das? Ach, da. Genau. Hier. Talk with Lucy. Lucy ist ein Gebäude, ne? Also, Kinder. Nochmal zum uns mithören. Dolly wird jetzt geschlachtet, ne? Dolly, das Klon-Schaf. Das hieß doch Dolly, gell? Molly. Dolly, Molly, Jack, Tobi, Polly. Polly, Dolly, Molly, Jack, Polly, Dolly, Rap. Around 100 Jahre ago, I was a bit. Okay, das führen wir jetzt noch weiter von. Thank you, really apacitated. Now I don't have to worry about the kids sleeping. Die schlafen hier. Und gerade mal 100 dafür. Mädel, brauchst ein paar auf die Fresse, oder? Denkst du mir, ihr denkt, ich bin ja so eine billige Idee, die hier für nichts schafft, oder was? Mann, 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 du. Eigentlich ist es so ein typischer Tag, sich in die Mine zu verpissen. Weil hier nichts vorwärts geht. Könnte man eigentlich noch machen. Ich hätte gerne einen D-D-Stop an der Mine, weil das einfach nur so ein elendiger Laufweg ist. Dann müssen wir nicht zu der Mine, wir müssen die Mine eins höher. Äh, warte, das war nicht hier, das war, das war, da hoch, genau. Warte mal überlegen. Jetzt müssen wir schon gleich 300 Blechen dafür abwarten, weil... Wobei, nee, die Woche kann noch nicht rum sein, oder? Ich überlege gerade. Brauchen wir auf jeden Fall jetzt Eisen. Doch, brauchen wir auch, super. Ja, die Woche doch schon rum. So schnell kann es gehen. Also die im Game-Woche, wollt ihr merkt. So, jetzt müssen wir nur einen Eisenvorrat suchen. Der ein bisschen was hergibt. Sagt ihr, der ein bisschen was hergibt. Jo, sowas. Warte, fangen wir am Rand an. So, sehr schön. Da kommt noch mal was raus jetzt. So gefällt mir das. Zack. Wir brauchen so viel Eisenerz wieder. Weil wir sind ja nicht so viel verbraten. Dann müssen wir uns noch vor, dass wir da auffüllen. Und wozu kann man das eigentlich so einen Tag besser nutzen? Wie eine Mine zu verbringen. Wenn es draußen eh pisst, das Wetter scheiße ist. Soll ich eigentlich auch im wirklichen Leben die Mine gehen? Nee, ich bin ja in meinem Keller. Das reicht. In meinem schönen 18 Grad kalten Keller. Hey. Ja, da sind es wirklich 18 Grad. Das ist ein Gewölbekeller, Homies. Das ist ein Gewölbekeller. So. Wie viel Eisenerz haben wir jetzt? Ah, geht. Ist nicht viel. Hallo? Was meinst du mit dem über dir? Genau, danke. Komm, weißt du nicht immer noch ein bisschen was raus? Oh, Sekunde, gleich wieder da. Ja, kurz bei euch hingemacht. Ähm. Wo war ich hingelieben? Genau. Aber es wird schon eine ganz Weile her, dass wir hier in der Mine waren. Ich bin auch mal gespannt, wenn jetzt mal ein neuer Inhalt kommt oder irgendwas, weil Update-Technisch steht meiner Meinung nach mit Porsche gerade echt still. Also ich bin jetzt schon eigentlich im großen Ganzen. Wir sind ja schon jetzt schon eine ganze Weile beschäftigt. Ich freue mich, was jetzt noch kommen soll. Was sie noch geplant haben. Alles. Huch. Was ist mit der Tiefel los? Hm. Flammer 1723. Nö, da kommen wir noch nie raus. Da drüben sehe ich... Oh, das ist ja auch wichtig. Her damit. Magnesium. Gerade die blauen Dinger. Da haben wir noch was davon. So, das war es leider schon wieder. Schade. Oh, wir haben einmal so ein riesen Eisenerzvorkommen gefunden. Das war voll geil. Ah, das war traumhaft. Da haben wir, glaube ich, über... Was waren es? Über 500, glaube ich, abgebaut. Ja, ja. Ja, das waren nur Zeiten früher, wo es nur mehr Material auf der Erde gab, ne? Oh, yes. Her damit. So. Oh, das scheint aber auch eine ordentliche Quelle hier zu sein. Die schlachten wir jetzt gerade mal aus. Schöne ist, da schlägt nicht dahin, wo man hinzielt. Ist voll toll. Ja, und weiter geht's. Ja, ich weiß, wenn ich so wirklich spannend hier bin. Aber wir wissen, dass du... Oh, noch danach Stamina. Ach so, ja gut. Wenn das so ist, dann ist ja für heute schon wieder Schluss. Mit meinen. Ihr alle so, juhu. Er kann nicht mehr weinen. Yay. Er muss rausgehen, der Arsch. Was? Aber die müssen wir uns... Die dürfen wir nicht zurücksetzen. Da ist nicht noch einiges in Eisen vorhanden. Katze buckelt sich auf. Jimmy, ich sehe trotzdem gerade schon wieder nichts. Könntest du deine Solibseite bitte auf deinen heißgeliebten Stuhl rübergehen? Dann wäre das nett. Okay. Gut. Oh, süße Katze. Schnurr, schnurr. Oh, Mann, ich fick mein Hase, Pupsi. Da wollen wir nicht etwas mehr kuscheln. Oh, sehr schön. Ähm. Yay, ist fertig. Harvest. Check out. Gut. Da brauchen wir ein bisschen... Wir fördern. Das ist auch gleich wieder, ne? So. Äh. Hier. Da hat das Erzteil. Genau. Dein Ohr. Matt. Das. Das. Sand kommt rein. Äh. Ja. Und neun Datadisks haben wir. Sehr schön. Ah. Komplett. Perfekt. Äh. Datadisks. So. Eisenkiste. Steinkiste. Kommt nicht viel Stein rein. Äh. Ansonsten. Brauche ich mir grad. Nächstes komische Buch können wir dann halt. Auch noch da verstarren. Äh. Ich überlege. Nö. 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 Nö, 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 nö. 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 Vier waren das nicht. Äh. Es waren noch alle, die wir brauchen noch. Gell? Für das Ding. Dö. Er craftet noch. Das Junge scheint ordentlich Platz zu verbrauchen. Holy shit. Nimm ihn quer, dann hast du mehr. Fuck. Aber ich glaube, der ist schneller wie da. Da bräuchte ich ja schon noch diese Platten. Ich glaube, von denen habe ich nichts mehr, ne? Na doch, zwei Stück noch. Müssen wir das mal antesten, ob das dann überhaupt da so hinpasst. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020